Ach, nö, wieder nicht. Die sind doch die ganz lieben. Ah ja, ist klar. Was kostet denn denn so ein Alarm? Ach, du ahnst es nicht. Zack, zack, zack. Und da haben wir das Ding schon. Notenblöcke. Holz. Eisen. Rabba. Wabba, wabba. Huberwut. Jetzt lädt er sich so langsam auf. Aber los. Langsamm. Ja, ist wirklich so. Langsamm. Oh, ich muss erst ein paar Kärbelchen herstellen. Ein paar mehr. Das verbraucht dann nicht so viel Energie. Aber trotzdem recht viel Energie. Kacke. Das Ding ist gleich schon wieder leer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du übertreibst es auch gleich immer. Na, aber auch fünf geht das noch bei sechs. Na, da muss ein, äh, irgendwann muss auch ein Transformer Upgrade reinmachen, ne? Der ist nur dafür da, wenn du über, äh, über ein MFE oder so rein hast. Ja, aber ich sag doch, wenn du irgendwann zu viele, äh, Transformer und sowas reinpackst, dann lohnt sich das auch nicht mehr. Ja, ich weiß. So, ein Alarm. Der reicht eigentlich vollkommen, der Einzelne. Ja, guck mal einer an, bei sechs. Da ohne den Storage Upgrade passt das noch. Ich hab das Ding mit der Hand abgebaut, das ist weggegangen. Ja, toll. Also, das Storage Upgrade muss ich jetzt mal aufladen, ne? Ja. Das Storage Upgrade muss ich jetzt mal aufladen, ne? Da habt ihr jetzt mal aufladen, ne? Ja. Das dauert. doch 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 muss ich immer nach sag mal ich bin dumm du bist das heute hier ja 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 ist gut ist alles okay so wie komme ich jetzt noch mal das holz und solz mit habe ich denn normales machen die folie metter ich kann mir daraus ihr metter holz machen pups um etter pups um etter es hat der hat ja na ja okay zwei anderthalb sechs fehlen noch habe ich dennoch glas faser habe ich nicht war klar wer hat es verbraucht du hast auch recht ja habe ich auch sonst weil ich habe einfach zu verbraucht meine güte war doch nicht den stein ab wenn ich sie nicht sage ich traue mich nicht ganz dass sie aufzustellen aber gehören wieso nicht hat du angst ja aber noch ein bisschen und ein bisschen und die hosen pipi machen ich würde das immer abschalten wenn ich die offen vom surf macht einen immer angst ich glaube sie sind noch zu viel im schlafen gehen schlafen schlafen machen wenn es ja so kann ich hinten die bauen mich liegt unterwegs bewegt sich ja ich bin ja sofort da das habe ich kann auch getan oder was immer so laut ne ich bin ganz lieb ich bin ganz lieb ist klar ich bin ganz lieb ich bin ganz lieb ich bin ganz lieb ich bin ganz lieb sind die main die meisten werde ich sowieso nur für zirka zu verbrauchen ob ich habe keine erde ist schon papier bei noch genau das noch eine leere kiste naja da haben wir als man das reinsprissen kurz was kommt kann ich auch noch erde gehabt hast du nicht ich glaube wirklich nicht mehr was ich habe ich keine erde mehr ja weil das rest alles in der white chest reingeben an der white pipe deswegen ich hätte nie gesagt dass ich wirklich so viel erde dafür braucht ach da ist noch was aber der ist eigentlich fast fertig mit nur so ungefähr eine ebene und viertel davon geht es ja und hinter was auch immer ja komm eine peter war ich jeden glaube ich mal da den anderen gleich mal hier ich glaube jetzt gerade wie peter von meiner clock nicht zu machen das bist du immer die peter brauche ich jetzt dann brauche ich die panel sauber ist dass wir dann auch egal ist wenn es dann nicht mehr reicht dann habe ich ein verkauf ist schon mal rein ja ist ja nur das doch auf unteren schichten weg christ bei denen ja dann ist es ja nicht so schlimm 1 2 3 4 sie hat ja schon ein zwei drei ebenen gemacht also fast das machen also zweieinhalb komm ich komme ich hier gerade so durch einfaches ding hinsetzen ich weiß jetzt schon mal ein bisschen komm es so rein ach ja so so uran dahin ich habe schon eins das dinge hinzusetzen egal aber klar kiez so zack schon mal komm es schon rein gesteckt da habe ich alles reingetragen hier ging das denn noch mal was denn aber mit diesen komischen dingen hier was auch immer konnte man nach mir bräuchte gar nicht fragen ne bräuchte ich nicht fragen wieso ob eine badbox an atomkraft weg ging ich glaube eher weniger ich glaube er auch weniger aber das ding gleich in die luft gehen ich weiß aber nicht ob ich ein mfe dran sind mfsu da ab in der mann und du hattest eine mfsu angeschlossen bei ein mega projekt vor fragt mich nicht nach sonnenschein in der meinung ja das cool das ist ein kleines muster drin weil ich komme es schon reingeschmissen und von die lücke schon frei war hatte da die lücke genommen und bisschen komm es damit dazwischen gesteckt natürlich schöne sache aber wenn ich hinstecken muss warum warum ist das so teuer warum bist du so dumm nein warum ist das so teuer warum du so dumm bist ich mache mal jetzt ein richtiges muster da raus was sind diamanten da sind sie erst kommst du nehmen direkt ist so ist und nehmen direkt ich brauche ich denn 6 steht ja sieht ja keiner da unten ich brauche 6 patron kristalle das ist bei dir falsch aber nur so ein klitzekleines besitzen bei mir ist mehr richtig als bei dir bei mir ist mehr falsch als bei dir ja das war klar dass du ja sagst deswegen habe ich das nicht mehr auch gesagt auf den kopf mensch so 6 hast du noch kabel oder hast irgendwie kupfer ach wabba hallo willst mich verarschen ich hab schon wieder keine wabba mehr 1 2 3 4 5 6 kabel habe ich gerade ja und die brauche ich selber was denn damit immer ich will elektric circle zu machen ganzen stack ach du ahnst es nicht ich brauche die dinger nämlich ich brauche welche gerade braucht mehr solarpanel 12 stück brauche ich du musst mal herkommen hatte die das war anschauen das war im zwölf stück kräften 4 2 erreicht schon wieder nicht obwohl ich hab dann mal sechs aber noch mehr ich kümmel ich kümmel ja ich bin unterwegs denn dann da sie deine fratze aber jetzt krieg auf damit muss man runter gucken okay gierig alle finger weg gierig das wusste ich mit klammer strafe doch eigentlich schon durch das hier nicht doch 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 heute getroffen ja und ich brenne toll wie steppe jetzt wegen dir was sie misst sein was denn ohne witz das portal geschaut und in dem moment bist du voll dein vorgerannt ich wollte mir doch mal das eine uran klauen ist irgendwann mal wieder in explosionskraft ja du mich auch rechne das auf was denn auf da rein zu schießen aufzentos hier sind überall feile sieht das schön aus nein sieht das nicht schön aus doch ich weiß dass du hinter mir bist auf ach hier drüben baust du das ja nicht wieder unter der erde ja doch ich mach das jetzt ne provisorisch das ist ja das kann ich das zum explodieren bringen ja wenn das ding einfach wenn alle rausnimmst und einfach laufen lässt dann ist der in drei in 56 sekunden dauern ok ne ich bin so gemein bin ich nicht naja kannst du eh nicht machen und naja du musst die westleitung abkappen dann geht das auch weg da ist das ding das kann weg erstmal das kann weg reaktor chamber naja brauche ich nicht naja auf nein sein antiger centos das sieht auch zu geil aus guck mal die schalten mit deinem glas an kann ich toll steckt im glas drin machst du sehr schön den mumpitz wo geht es hier hin eigentlich welches ne das eine geht nix ach es ein portal einer wollen wo gar nix wo hingehen ja weil ich das eine weg gemacht habe das habe ich nur in der hand ich mache echt nur blödsinn gerade ja machst du auch suchen wir eben... bist du noch bei mir? ne ok ich dachte sonst hättest du eben einen lapis bei mir irgendwo suchen können nicht so aus nicht so aus